Hallo! Hi! Okay. Gehen wir in die Battlezone? Ja. Die ist schon in meiner Party, oder? Ja. Sollte ich. Ja. Ja und ihr seht, ich habe das Press-Contact-Effekt drinnen. Das werde ich auch verlinken. Und ja. Da hat einer fast den selben Skin wie du, lol. Was? Da hat einer fast den selben Skin wie du. Ja, fast. Bei ihm ist die rote Farbe ein bisschen heller. Bei mir ist die rote Farbe ein bisschen heller. Ja, wir sind gelb, oder? Das sieht wie ein Loch aus. Aber es ist kein Loch, das ist auch so ein Stein. Kannst du mir dein Gold geben? Ja. Ich da. Lecker, lecker. Eigentlich wollten wir schon... ein Ding, eine Minecraft-Folge hochladen. Aber halt, ja, aufnehmen haben wir eh getan. Ja, gehen wir direkt straight zu uns. Ist halt einfach richtig scheiße geworden, die Runde. Deswegen... Ja, jetzt wundert er sich, warum ich mich so hochstacke. Wow. Jo, ich kann von diesen Hochstacken direkt eine Leiter zu dir machen und direkt zur Mitte. Das mache ich jetzt mal straight. Aber ja. Wir haben deswegen noch keine Folge hochgeladen, weil einfach alles richtig scheiße geworden ist die Aufnahme. Oh! Fuck. Und ja, jetzt haben wir halt nix hochgeladen. Oh Gott. Ich hoffe, man hört... Ich hoffe, man hört mich so halbwegs gut. Äh, ich bin gerade fertig mit drei Tiers. Wow. Gefallen. Ja, dann komm zurück. Also gefallen. Also gefallen. Ich habe nur noch sieben Blöcke und das reicht nicht. Ich muss meine anderen Blöcke abbauen. Und ähm... Komm, eins noch, eins noch. So, ich komm jetzt. Ja, bitte. Oh, du bist... Warum hast du dich von oben gebaut? Ja, weil ich mich hochgestreckt habe, bin in dem Grünen. Egal. Ist grün aber noch nicht da und grün will zu uns. Ja, ich weiß. Oh nein, meine Blöcke reichen nicht. Nicht? Oh nein! Ich habe einen. Ja, aber einer lebt noch. Ich weiß. Responde schnell. Da! Oh Gott. Ja, ich habe... Oh mein Gott. Kannst du mit Blöcken hierher kommen? Ich habe keine Blöcke mehr und es reicht nicht. Ja, ich komme sofort noch. Ich komme sofort noch. Oder ich versuche mir noch ein paar Blöcke zu snacken. Oh, Aufnahme. Äh, komm! Die kommen zu wieder. Aber du kannst jetzt da bleiben. Weißt du was? Jetzt reicht es. Nein, 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 nein! Weiß baut sich raus zu uns. Okay. Wow. Ja, aber trotzdem. Sollte ist eine Kacke. Jedes Mal kommen zwei Blöcke zu uns. Ja, eigentlich hätte ich dich verteidigen können. Nur weil... Alter. Mein Ding schon wieder... Ja, komm. Jetzt kommt noch Weiß dazu, Junge. Alles klar. So, eine neue Runde. Warte. Hört man mich immer noch gut? Ja. Wie vorher? Ja. Ich muss kurz was umstellen. Auf dem Dienstweg. Über dich lauter stellen. Meine Schwester war gerade drinnen. Halt meine Schwester. Aber... Ich hab... Man hat nichts gehört. Ja, ich... Ich hab jetzt nichts. Sinn. Oh nein, ab! Fast. Hm? Fast. Okay. Please give me a go. Jo. Jo. Okay, 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 okay. Okay, okay, okay. Nee, aber... Aber sag mal. Auf dieser Map spawns irgendwie voll schnell jetzt... ähm... Eisen. Es ist immer voll verschieden. Aber... äh... Ja, warte. Ich hab ein zufälliger Ton gekauft. Ton. Oh, warte. Schau, jetzt kommt schon wieder... Er nimmt gar nicht mehr auf. Romeo. Er hat gar nicht mehr weiter aufgenommen, weil ich kurz den Tab klein gemacht habe. Oh nein. Ist jemand bei uns? Ja. Nein! Alles kaputt. Ja, ich cut einfach alles raus hier. Nix. Ja. So, Leute. Wir müssen bei mir neu starten. So, Leute. Nächste Runde. Außerdem ist Kevin's Aufnahme abgeschmiert. Ja. Alles gut. Ja. Ich muss eine neue anfangen. Yay. Okay. Dann... Mache ich hier einen Cut und wir sehen uns in der nächsten Runde. Und... Ja. Neue Runde. Neues Glück. Ja. Bei ihm nehmen wir schon die zweite. Bei mir die erste. Ja, nein, ist die dritte. Echt jetzt? Ja. Warte? Echt? Ja. Wir haben zweimal verbreitet. Ah, ja. Oh, wir haben so viel Gold. Okay, nimmst du das Gold davon? Ja. Nimm das Geschenk noch. Boah, wann ging diese nervigen Geschenke weg? Und siehst du, ich habe doch gesagt, das verschwindet nicht direkt. Ja, aber... Es... Es... Bei Halloween auch nicht so geht. Ja, bei Halloween war es anders. Achso, und du sagst... Ich habe dir doch gesagt... Was? Hä? Du hast doch gesagt, am 25. sollte es verschwinden. Sollte es. Nein, habe ich nicht gesagt. Oh mein Gott. Immer ein bisschen länger habe ich gesagt. Egal, aber Grau holte ich jetzt die Dias. Ich habe gesagt, am 25. sollte es verschwinden. Achso, ja, dann egal. Äh, Grau holte ich die Dias, bevor du jetzt nicht da bist. Jetzt sind wir am Arsch und ich habe keine Dias. Junge, das ist ein LX-Kid. Er wollte mit TNT auf uns rushen. Aber das war so, äh, das war so easy gestern gegen Weiß, dass ein Zoll-Penux-Spider hat wie ein LX-Kid. Junge, die haben nicht mal den Wetter eingebaut. Ja, wow! Mit Not Back! Komm doch, komm doch! Bama, Easy-Beezy-Lemons-Poozy. Komm, der ist aber echt... Ja, wir haben unsere Dias. Easy, warte, ich habe einen Feiner, ich kill, aber der... Ja, ich kann nicht direkt das Bett davon, der war von mir und hat mich direkt geschlagen. Alter, der will wahrscheinlich nicht, dass ich gute Steps habe. Ist egal, ich verfolge durch die ganze Zeit. Mein Kilo oder dein Kilo? Meiner. Mann, okay. Warte, die Dias hätten lieber klopfen sollen. Nein, wow. Hast du Dias? So gut. Nein, ich habe keine Dias. Na, wo sind dann aber bitte die Diamanten? Was haben die denn eingestellt? Keine Ahnung, ich glaube, ich habe jetzt... Eigentlich klopfen sie beim Final Kill in der Base. Die Items von der Ender Chest oder was sie haben. Weißt du, was das Geile ist? Wenn irgendwas Scheiße ist oder irgendwas... Ja, Weiß baut dich zu uns! Entweder immer Weiß, Grau oder Aqua oder Gelb. Egal, ich habe keinen Angst vor Weiß, weil wir haben unser eine Team sowieso zur Stadt. Easy, 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 nicht easy, nicht easy, nicht easy, vielleicht easy. Ah, unser Bett ist weg, wenn du jetzt... Ist es nicht? Ja, aber alle beide schlagen mich. Einen klatsch ich, einen klatsch... Hast du beide? Lol, geil, du hast beide. Echt jetzt? Ja. Einen hast du geklatscht, runter halt. Einen hast du... Hier, also, ist hier im Villager drin. Irgendwie haben die voll den Fehler begangen. Warte, wir müssen so machen und das abbauen. Na, warum? Ich rush, jetzt ist der Bett? Warte. Ja, aber so müssen wir abbauen. Nein, nicht so... Ja, geil. So von mir aus... Wir haben es nur mit Woll eingebaut. Habt ihr auch im Bett? Ja, wow, ich bin tot. Alter, was? Wenn zwei auf einem kommen, zwei Hits und du bist weg. Oh nein! Oh, er hatte ein Herz, er hatte ein Herz. Mann, bei mir öffnet auch manchmal einfach ohne Grund Koffers. Jetzt kommt noch Aqua. Oh, jetzt kommt noch Aqua, Aqua. Wo ist Aqua, wo ist Aqua? Ich habe ihn, ich habe ihn. Ach so, weil da baut schon wieder ein Spectator ab. Ich habe zwei Herzen. Junge, aber ich echt nicht hier. Ich hole uns beiden einen Goldapfel. Ich hole uns beiden einen Goldapfel. Bitte, das ist nicht so ein... Ach, egal, Alter. Ich kann das jemandem trinken. Kevin, Kevin, hier ein Goldapfel. Ich bin zu kurz. Ich bin zu kurz. Also nicht jetzt, du nicht, aber ich muss ihn zu kurz. Ja, ich geh jetzt mal zu Aqua. Schau, oder? Komplett weg. Ja, da kommt der. Echt, echt? Okay, ich bin da. Aber die haben auch noch kein Schaden. Jetzt kann nichts passieren, weil diese scheiß Overhol fahre ich jetzt aus. Jo, Aqua ist der Hacker, er hat sich zurückteleportiert. Loll, er ist stehen geblieben. Ist bloß noch ein Hacker. Lass mich vor, dass ich sie ablenke. Holy fuck. Ja. Oh. Nicht mehr geschafft, es war zu anstrengend. Ach, scheiße, egal, ich komme wieder nach. Aber ohne Blöcke habe ich jetzt das. Glaub mir schnell weg. Junge, ich habe gerade voll das Herz klopfen. Wegen dem. Weil es so knapp war. Warte kurz, bevor wir rüber rushen. Ich hole mir eine Ironnade, dann halte ich mich aus. Nein, ich rush rüber. Ja, ich brauche auch eine. Kannst du... Ja, haben wir noch in der Kiste Gold. Wir brauchen noch ein bisschen Gold. Komm, ich gehe schnell zurück zur Base. Ja, wir haben genug Gold. Ja dann, na los, hol dir auch eine Eisenrüstung. Komm, zur Base. Hier ist Gold drinnen. Ich nehme das restliche. Also ich habe nur 4 Gold, um TNT zu können. Weil dann geht auch der Base direkt kaputt. Also die wollten so eine Base von außen bauen. Und das will ich jetzt zerstören. Hab ich jetzt... Ja. Weißt du was? Ich gehe kurz, ähm, Deer-Insel. Nein, 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 nein. Wir brauchen nicht. Komm, wir rushen. Ich bin schon. Ich hab keinen Bock, dass die... Ich bin schon da. Warte. Ich muss aber mindestens die Deer saven. Wir haben 6 Deers. Ich hab in der Energest zufällig noch welche gehabt. Warte. Oh. Wir haben nicht mal Schaden. Ja, das meine ich. Hast du 4 Deers? Weil ich hab 3. Ja, 6. Echt? Ich hab 3. Gip her. Nein. Oder was machst du? Ja. Lass gönnen. Ich kaufe einmal zack und einmal zack. Ich habe jetzt alle Traps gekauft. Was? Overwolf? Oder Overwolf? Warum? Ja. Was hat denn Overwolf gemacht? Ja. Ich keine Ahnung mehr genauer. Ich weiß, dass das eine Kombination drück ich immer. Und kommt dann deshalb immer schon da hin. Der Einer fällt einfach in den Tod wie ein Stück Mopfer. Wo? Und gibt keinen Plan, wie man das so stellt. Weil halt ein Mopfer ist? Ja. Hä? Du hast da ein Bett explodiert? Was? Nein, nein, die hatten kein Bett mehr. Aber warum? Hä, was? Ein Unsichtbarer oder was? Ich glaube, ein Grüner hat sich tappet oder so. Aber niemand hätte es sein können. Hahaha. Oder wäre wirklich der Bett jetzt gesprengt? Ich glaube, das war sogar ein Glitch. Weil ich habe das genau drauf platziert, so gesagt. Ja, genau in dem Moment, wo er explodiert ist, ist gestanden, das Bett wurde zerstört. Richtig? Ja. Nein, oder? War ja geil. So. Hä? Wann ist das passiert? Ah! Jetzt öffnet sich schon wieder. Mein Deck meiner. Ja, ich werde auch öfters Livestreamen. Ja. Dir natürlich. Das Ding ist, bei Livestreamen gibt es Vorteile. Du musst nichts katzen. Ja, das ist aber irgendwie auch kein Vorteil, weil wenn Scheiße passiert, du kannst es nicht rauskatzen. Eigentlich kann man es doch nochmal das Video auf, also in eine Galerie und dann perfekt schneiden und dann hat man ein Video. Weil, eine Stunde tut man ja schneiden. Ja, aber unter bleibt schon. Und ich habe ihn oben gelassen, wie du gesehen hast. Ja. Ist auch gut so, dass du ihn oben lässt. War er geil oder war er scheiße? War er geil oder war er scheiße? War er geil oder war er scheiße? Ja. Ja, Mann. Haltet uns nicht auf. Ehrlich nicht. Junge, der hat eine Emerald gesnackt. Einmal einen Emerald. Oder Pischer. Ah. Pischer, ja. Junge, erst in 20 Sekunden kommen Emeralds. Derweil rushe ich auf Rot. Oh, er wollte gerade nicht rennen und ich renne einfach weiter hier. Ja, hol du Emeralds. Ich geh zu Rot und zerstör das Bett. Blau. Ah, Blau ist schon weg. Nur noch Gelb und wir haben ein Bett. Grün ist auch dauernd, dann holen wir Gelb. Grün ist jetzt komplett dauernd oder wie? Ja. Ja. Ja, dann sind sie eh kein Problem mehr, weil sie nicht Aqua sind. Holen wir einfach. Was? Holen wir jetzt das Bett von Gelb und dann haben wir eigentlich schon von Alter besser schon. Die bauen sich voll die Viereckbäste. Aber lol, Gelb hat nicht mal Updates. Ja, Gelb kann gar nichts haben. Nicht mal Obsidian, das ist aber gut. Einmal nehme ich TNT. Wir können nur mit Holz, Endstone und Glas einbauen. Dann hole ich mir nämlich so. So. Und jetzt habe ich eine... Jetzt habe ich eine Eisen... Eine Eisen... So, ich habe ein Eisenschwert, eine Eisen Pickaxe, eine Eisen X, ein TNT und Blöcke habe ich aber keine, die kaufe ich mir jetzt. Kev, bist du überhaupt noch da? Mhm. Okay, hast du gehört, was ich habe? Ja. Nein, Alter. Alter! Alter! Oh mein Gott, der hat die ganze Base gesprengt fast und er kickt mich noch aus der Welt. Und warum? Okay. Jetzt reicht's. Rot will zu uns. Rot will zu uns. Rot will zu uns. Mit TNT, mit TNT. Warum hat der jetzt auf einmal eine Diamantrüstung? Auf einmal! Rot hat der, glaube ich, TNT in der Hand. Ja, okay, wir müssen uns zwei Seiten, finde ich bei dir, Risto. Außer wir haben gute Schwerter, aber ich habe kein guter Schwerter, also halte ich für mich. Beide roten Wolken. Ja. Ja. Ja, Junge, was machen die denn? Okay. Jetzt kann ich immer Pi, 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 Pi. Geil, Mann. Sag doch mal Pi, Pi, Pi. Jeder Sprung leckt bei mir, was ist jetzt los? Hey, Rot da ist! Ja, der ist bei unserer Base. Nein, wie schnell habe ich gerade gebaut? Habt ihr das gesehen? Ja, unsere Base ist weg. Äh, unser Bett ist weg. Teil. Klatsch dir zu. Holy fuck! Nein, ich bin down. Ja, ciao. Warte. Neue Runde. Warte. Ich will nicht reden jetzt klatschen. Aber bei mir, will ich sagen, das war's jetzt mit dieser Runde. Ja, das war's jetzt mit dieser Runde. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann like das Video. Scheiße! Ist ja auch cool, wenn ihr abonniert. Und, ja, würde mich sehr unterstützen. Ich freue mich jetzt in einem kleinen Klick und mir hilft es wirklich sehr. Und ja, äh, ja, eben wie ich gerade gesagt habe, wenn es euch gefallen hat, dann like bitte das Video. Und wenn nicht, dann lasst es einfach. Und, ja. Dann...